Ich möchte dieser Pflanze beim Wachsen helfen. Sie soll schnell größer werden. Also ziehe ich daran. Und zur Not reiße ich sie einfach raus. Gewalt bringt keine Pflanze zum Wachsen. Sie reißt höchstens ihre Wurzeln heraus. Macht und Gewalt sind für Kinder schlechte Wachstumsbedingungen und trotzdem erleben sie sie täglich. Was man dagegen tun kann und wie man bessere Wachstumsbedingungen schaffen kann, das beschreibt das Buch Macht Gewalt ohne mich in Theorie und Praxis. Dieses Buch will helfen, dass Kinder Wurzeln schlagen und friedlich aufwachsen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017